Wenn man im Sommer am Strand ist, dann macht der Ausschlag. Man bekommt ab und zu Probleme mit Gelenken, weil man einfach ein paar Kilo zu viel hat. Irgendwann hat es klick gemacht. Ich habe einfach gesagt, heute muss man regelmäßig mit Essen was tun. Seit Oktober bin ich jetzt in dem Programm und dann läuft's. Ein bisschen Wille. Man muss ja dabei sein. Natürlich Umstellung bei Essen und viel Sport. Ich mache echt viel Sport und muss man dabei bleiben. Gott sei Dank, diese Mentalität und Disziplin habe ich mir beibehalten von Fußball und war schwierig, sehr schwierig.